Okay, ich hab mal den Tempomaten auf gar nichts. Auf 75. Obwohl, lass kurz warten, ich muss kurz meine Runde in der Spiegel anmachen. Ah, okay. Ach nee, ich hab ja keine. Alter. Nein, du hast gar nichts drauf. Doch. Die hat gar nichts drauf, ey. Doch, jetzt ist an. Und wie mach ich die Lichter an? Äh. Nee. Nee, ich hab ja auch keine Ahnung. Aber die haben, keine Ahnung. Hauptsache, er klebt mir echt am Arsch. Ja, ich bin so bei der Geschwindigkeit zu helfen. Du musst ja am Arsch kleben. Nego und ich waren nebeneinander. Äh. Oh, wir müssen ab. NOO! NIGO! NIGO! Nein, nein, nein. Du bist ja noch bei der Hochfahrt. NIGO! 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 Ich war fliegt nicht unternebensanders, hh. Auf eine Eidspringlauffahrt. Oh, ne. HH. Nein. Warte, ich war ... In die Führung? Aber ich war selber auf dem Driegenstreifen. Ich glaub, der hat dir locker noch ne LKW-Zuschuss gepasst. DIGO! Oh, das ist die letzte, die LKW-Zuschuss. Ah! HH. Ich weiß doch nicht, was ich weiß, ey. Ich hab doch einen Winfick, Alter. Ich hab doch einen Winfick, Alter. Ich hab einen Winfick, Alter. Ich hab einen Winfick, Alter.